Hallo und herzlich willkommen bei Wettbewerb im Wettbewerb. Ich bin heute wieder auf die anderen Handticket und heute habe ich das Spiel schon fertig. Deswegen mache ich heute das Spiel das 2-Stunden-Ticket AFK Arena. Viel Spaß! Okay, gerade meinen Account rausgesucht. 3 Tage lang testen. Nur den einen oder alle? Der Hexer. Also, es ist ein Witcher. Ah, alle Helden. Achso, es waren nur zwei. Die Zaubererin. Zaubererin. Okay. Ui, das ist sauervoll. Schon sehr lange nicht mehr gespielt. Weiter. Und dann. Verstätigen. Ui, sowieso nicht. Was haben wir denn hier noch? Einstellungen. Achso. Ich mache erstmal die roten Punkte weg. Und dann ziehen wir mal weiter. Nehmen. 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 Die beiden habe ich schon. Dann sind wir hier und fertig. Events. Ich brauche Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. Herbstzeit. Schon fast vor die Winterzeit. 3 Grad in der Nacht. 3 Grad in der Nacht. 3 Grad in der Nacht. 4 Grad in der Nacht. Wo gehe ich denn hin? Hilfe! Okay. Ach, meine Heilerin. Ich möchte mal mit den beiden Witchers arbeiten. Nicht den Witchers. Nicht den Zauberer. Okay. 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 Und jetzt bin ich bei... Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ja... Wo war ich gewesen? Ich hab gleich geschaut. Ich glaube nicht bei 40. Nee. Aber mit den Witcher und der Zauberin, die man schon mehr schauen. Hm. Oh. Hier ist es, glaube ich, stehen geblieben. Eingefroren. Kampf des Schicksals. Oh, shit. Ah. Also, ich soll noch... Ein Ding ins machen, hier. Okay. Meiner ist, glaube ich, stärker. Ja. Jawohl. Ich denke mal, ich hab gewonnen. Da stand da was. Drei Siege. Zwei hab ich. Einer fehlt also. Da, 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 da. Da, 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 da. Wasser. Okay. Zack, zack. Das fahren wir jetzt alle. Ja, genau. Telefon die ganzen auch. Fertig. Hä, immer noch da? Router Punkt. Was machst du da? Hier ist doch nichts mehr. Hm. Die beiden gehört mir auch. Achso, das bin ich ja gerade. Aber Red gehört mir auch. Hm. Aber der ist irgendwie weg. Nein. So, da, 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 will ich nicht machen. Es dauert mich so lange. Was hat die gesagt? So leise hier. Hm. Das dauert ein bisschen lang. Das dauert ein bisschen lang. Nein, nein, nein. Was ist da beim Lock los? Schließen. Okay. 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 Die Seite zu machen. Quest. Rollen. Öffnen. Feldzug. Rollen. Was ist denn bei Remden los? Tasche. Oh. Treibeschwörungen. Neuer Held. Neuer Held. Und. Eine Treibeschwörung. Okay. Und hier. Hm. Kennen schon. So, es hat was. Die Kiste vielleicht. Später. Och. Hm. Habe ich gelesen. Zehn Beschwörungen. Bitte. Bitte. Und. Was ist meine. Mega Beschwörung. Keine. Hm. Ich kann hier einige aufsteigen lassen. Oh, da habe ich den noch. Einen Koss. Schau. Habe ich den hier. Die bei. Nein. Den hier. Oh, habe ich einmal. Oh, das war's. Machen wir erst mal hier die kleinen. Boah, kann ich die auch benutzen? Ich kann hier nicht gebrauchen. Okay. Dann mache ich doch den hier. Einmal einen Aufstieg. Tuttuttuttuttuttuttuttutt. Plan. dann machen wir den aufstieg hier und wir machen diesen aufstieg und rha plus ja die anderen geht halt noch nicht aber immerhin wein reicht damit der rote punkt weg ist da ist noch einer und shit muss man sich das durchlesen was sind noch dankeschön 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 ok und es sind hier noch ein roter punkt was habe ich überset gut Ach, das habe ich. Gut. Was ist der letzte? Da waren wir schon. Du Gewalt. Okay, okay. Okay, okay. 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 warum wollte ich den noch mit auflevel warum den habe ich da story öffnen weiter am ende nicht was meinsamen ok gut dann würde ich mir sagen machen wir hier schnell die dailies fertig beginne einen kampf ok wenn ich das nicht schaffen sollte, würde ich das gleich einfach mit hexen und zaubern das sieht aber schlecht für mich aus da unten, ich habe verloren erneut versuchen mit den beiden mhm obwohl meines sind doch schon viel höher mit dem land die machen richtig schade nicht einer gestorben vermeiden, leute boah verbessere ein raus zu stumm eiiiimer i do not forgive i do not forget da ist überall ein stern jetzt mache ich hier überall ein stern rein verbessern automatisch bestätigen tada tada soo eigentlich bin ich schon fertig, aber ich mache noch die anderen drei quäste auch noch quest beginne einen kampf im königsturm das geht ja auch schnell tada 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 zack kriegsurm gewonnen tada 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 herausforderungen 743 k ist doch eigentlich schlechter wie die hier oder ich probiere vertreten war ich gegen die gewinnt es geht ja schnell so zack bin ich dort ich sage es doch Beginne drei einzelne Prämiequests. Okay. Gut. Hier brauche ich einen epischen Habe-Schnitt. Gut. Also kann ich die Quests schon mal wegschmeißen. Bei der gehen wir aufs Gleiche. Dann machen wir diese Quests hier noch. Da haben wir den hier. Und dann nehmen wir zwei kleine... Ach. Ich kann nicht die gleiche nehmen. Oh, ich brauche ja zwei. Lalalala. Okay. Hier auch zwei. Fertig. Hier. Nur blaue. Entzenden. Ich sehe nur grüne. Grüne habe ich ja nicht. Die werden immer gleich bei mir geschreddert. Dunkfest. Ein blauen. Ein Söldner. Ein Söldner. Ein Söldner. Ein Söldner. Und dann läuft der Ticker. Da läuft er. Danke schön für die Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn aber nichts hier weiter ist. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020